Hallo, mein Name ist Christopher Dittrich und hier bei Rotenberger kümmere ich mich um den Bereich Rohrreinigung. Heute zeige ich euch unsere neue akkubetriebene Rohrreinigungsmaschine Rotram VarioClean. Die Rotram VarioClean ist unsere neue Trommelrohrreinigungsmaschine auf Akkubasis. Mit ihr könnt ihr auf einer Strecke von bis zu 15 Metern und in Rohrdimensionen von 40 bis 100 Millimetern Verstopfungen beseitigen. Um euch die nötige Flexibilität zu bieten, könnt ihr bei der Rotram zwischen einer 10 Millimeter Spirale mit angebautem Keulenkopf und einer Variante mit 13 Millimeter Spirale und 16 Millimeter T-Nutkupplung wählen. Um die Trommel zu wechseln, müsst ihr lediglich den Hebel an der Vorschubeinheit lösen und diese dann nach vorne vom Gerät abziehen. Danach könnt ihr auch schon die Trommel von der Rotram runterheben. Danach nehmt ihr die nächste gewünschte Trommel und setzt sie von vorne auf das Gerät auf. Wenn das passiert ist, könnt ihr wieder die Vorschubeinheit nehmen und diese von vorne auf die neue Spirale auffüllen. Stellt sicher, dass der Hebel fest geschlossen ist und dass kein Spalt zwischen Trommel und Vorschubeinheit vorhanden ist. Jetzt ist die Spirale gewechselt und bereit zum Einsatz. Zu guter Letzt könnte man dann noch den Schutzschlauch auf die Spirale setzen und wenn die Spirale durch den Schutzschlauch geführt ist, wie gewohnt, einen Bohrer auf die Spirale aufsetzen. Wenn ihr unsere Rotram S kennt, ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass wir einige Komponenten auch an dieser Maschine wiederfinden. Zum einen, wie schon gesehen, die leicht zu wechselnde Spiraltrommel, zum anderen aber auch die einhändig bedienbare Vorschubeinheit, mit der ihr die Bewegungsrichtung der Spirale in das Rohr hinein oder hinaus steuern könnt. Wenn ihr den Vorschubhebel nach links führt und nach unten drückt, dann wird die Spirale bei eingeschaltetem Rechtslauf des Motors in das Rohr hineingeführt. Wenn ihr die Spirale rausfahren möchtet, dann dreht ihr den Vorschubhebel nach rechts und haltet ihn gedrückt und die Spirale wird wieder automatisch in die Trommel hineingefahren. Wenn ihr auf eine Blockade trefft oder die Spirale plötzlich entlasten müsst, dann lasst ihr einfach den Hebel los und die Spirale dreht auf der Stelle. Durch das Beibehalten der grundlegenden Arbeitsweise möchten wir euch den Umstieg auf die neue Maschine so leicht wie möglich gestalten. Bei Rotenberger benutzen wir CRS Akkus. CRS bedeutet Cordless Alliance System. Das ist das erste herstellerübergreifende Akkusystem für Werkzeuge. Mit diesem Akku könnt ihr über 200 Werkzeuge von 20 Herstellern verwenden. Eine dieser 200 Maschinen ist nun auch unsere Rotram Barioclean. Mit dem 8 Ampere Stunden 18 Volt Akku könnt ihr die Maschine bis zu 50 Minuten verwenden. Wenn ein Akku, und das ist das schöne am CRS System, am Ende seiner Kapazität angekommen ist, könnt ihr ihn durch jeden beliebigen Akku des CRS Systems ersetzen und weiterarbeiten. Der Akkuantrieb bei der Rotram Barioclean bietet euch zwei große Vorteile. Zum einen seid ihr durch den Akku unabhängig von externen Stromquellen. Das heißt, ihr könnt flexibel an jedem Ort einfach anfangen zu arbeiten, ohne zu schauen, wo ihr euren Strom herbekommt. Zum anderen haben herkömmliche Geräte ein Kabel und ein PRCD Schalter. Beides sind Komponenten, die durch Umwelteinflüsse beschädigt werden können. Wenn eine Beschädigung am PRCD Schalter oder am Kabel vorliegt, dann ist das eine Gefahr für den Anwender. Diese Gefahr der Beschädigung besteht bei der Akkumaschine nicht. Kommen wir nun zu der neuen Motorsteuerung der Rotram Barioclean. Die Maschine heißt Barioclean, weil man mit der Steuerung durch die verschiedenen Drehzahlstufen des Motors steuern kann. Es gibt die niedrigste Stufe zum Entstopfen, die mittlere Stufe zum Reinigen und die höchste Stufe zum Sauberschleudern. Neben diesen Drehzahlstufen kann man mit der integrierten Steuerung hier oben über das Touchpad auch die Drehrichtung der Trommel steuern. Einmal für den Linkslauf und einmal für den Rechtslauf der Maschine. Neu ist auch, dass die Elektronik die Trommel abbremst. Dadurch stoppt die Trommel super schnell und die Gefahr, dass die Spirale sich im Rohr ungewollt überschlägt, wird minimiert. Ein weiterer Teil der Barioclean Elektronik sind die neuen LEDs. Wenn ihr bei eingesetztem Akku und betätigten Fußschalter einen Blick nach hier oben werft, seht ihr, dass die LEDs leuchten. Die Beleuchtung hilft euch bei Arbeiten in sehr dunklen Räumen oder zum Beispiel in Küchenabflüssen unter Einbauschränken. Zum anderen dienen die LEDs aber auch als Akkustanzanzeige. Wenn die Kapazität des Akkus zu Neige geht, fangen die LEDs an zu blinken und machen euch so darauf aufmerksam, dass ihr euch zeitnah um einen neuen Akku kümmern müsst. Wenn ihr schon eine Rotram S von Rotenberger besitzt, könnt ihr natürlich weiterhin alles Zubehör dieser Maschine auch für die Rotram VarioClean verwenden. Nichtsdestotrotz hat die Rotram VarioClean eine eigens neu entwickelte Spirale für die Anwendung als Akkumaschine. Das ist unsere DuraFlex Spirale. Wie ihr sehen könnt, ist die Spirale außergewöhnlich flexibel. Das liegt daran, dass der Draht um 0,5 mm dünner ist als bei der normalen 13 mm Spirale der Rotram. Durch die gesteigerte Flexibilität kommt ihr leichter durch Rohrbögen, was wiederum die Last auf die Maschine verringert und so die Akkulaufzeit erhöht. Neben der erhöhten Flexibilität ist auch ein Vorteil der DuraFlex Spirale, dass sie eine Verzinkung hat. Durch die Verzinkung hat sie eine höhere Lebensdauer und Haltbarkeit als eine Standardspirale. Neben der Gewichtseinsparung bei der Spirale durch den dünneren Draht hat aber auch die Maschine selbst ein wenig an Gewicht verloren. Wir reden hier von circa 10 Prozent Gewichtersparnis gegenüber einer vergleichbaren Rotram S, sodass die Maschine jetzt noch einfacher und mobiler im Einsatz ist. Ein weiteres neues Feature ist die Dreibeinaufnahme für die Trommelmaschine. Mit der Dreibeinaufnahme kann die Maschine auf das Dreibein gesetzt werden. Das Dreibein ermöglicht euch hier eine ergonomischere Arbeitshaltung und ihr könnt in einem besseren Winkel an hohen Abläufen arbeiten. Wenn ihr Informationen nachlesen wollt, findet ihr den Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Sagt ihr aber von euch selbst, dass ihr eher Fans von Koffermaschinen oder Segmentmaschinen seid, findet ihr dort auch einen Link zu dem Erklärvideo unserer neuen R600 VarioClean. Vielen Dank fürs Zuschauen.